100 megahertz lcd 235 tx svga was war denn das 480 x 320 oder war das nicht schon 640 x 480 keine ahnung 640 x 480 war glaube ich vga oder ega hat es einer gegeben das war dann 300 mal irgendwo so so ich schneiss mal die legierung rein Aber trotzdem, dieses spezielle Alloy scheint zu schaffen, viele verschiedene Upgrades zu erzeugen. Ich habe mehrere neue Blueprints in Ihrem 3D-Printer erzeugt. Es ist wie Weihnachten hier! Schau mal, geil. Eine höhere Proof und greife. Einfach die Brausgürtel. Mist, braucht man schon wieder Materialien. Gürtel können wir verbessern. Was brauchst du jetzt da? L-Legierung wieder. Aha. Das andere kriegt man sowieso mit der Zeit. Einen Rucksack, nein, den können wir auch nicht. Das Visier. Können wir auch nicht. L-Legierung. Ach, können wir alles noch nicht? Ja. Drei L-Legierungen brauchen wir. Auf jeden Fall, fürs Erste. Immer wenn du da bist, komm als Erster die Werbung von ihm. Zufall. Wenn es bloß Erwerbungen gibt. Ah ja. Ja. Jetzt müssen wir anfangen. Ja. Wie gesagt, in Employee Handbook, § 23498a, Sie müssen die Flora und Fauna dieser Planeten erforschen, in der ganzen Welt zu erforschen, und wiederholfen, ihre Potenzialstätigkeit für die Menschheit. Wir sind nicht sicher, die bestimmte Obstäglichen Sie haben. Aber die mehr Daten Sie mit Kindred geben, durch Ihre Anwendungen der Anwendungen, desto mehr Appropriate Blueprints Sie können. Aufgrund von allen in Kindred, die Biologische und Autonomische, wir wünschen Sie viel Glück! Okay, mhm. Die Kartografie haben eine sehr ungewöhnliche Strukturen auf der Grunde dieser Planeten. Während unsere vorherigen Daten indikten eine rolle Planeten, das nun scheint zu sein... in Korrekt. Das ist eine Radikal-Mission-Altere-Geschäftigung. Und während Sie müssen die Planeten Kindred request Sie, dass Sie mehr Zeit auf etwas zu tun, oder konstruktionen, ich habe ein Marker auf einem Punkt einer besonderen Interesse unserer Wissenschaftler. Da kommt er in den Turm. Ja, schon klar. Hey, du... Scannen! Ich drücke immer die falsche Tasten. Kaktusnuss. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh, da müssen wir hinten auf den Schwanz! Ja, das habe ich schon einmal gedacht. Das ist schon so leicht. Warte rief einmal mit dem Ding! Oh, jetzt blitzen wir ausweichen! Geh weiter. Oh man! Das gibt es doch nicht, komm jetzt aus, weil er nicht Der Junge muss zum Heilen Ja Au Achso, mei, mittel in dem Ausdruck, das hätte man schon benutzen können Na, endlich Jetzt kann man nicht mehr scannen, weil er hier ist Dann kämen wir noch mehr Irgendwie kommen denn da? Okay, jetzt bleib zum Ausweichern Weil lass mich doch in Ruhe da drüben Ich druck überall hin Mittlere Maustasten Also einmal leertasten und dann mittlere Maustasten Ah, will, brauchst du gar nicht Muss bloß eine Richtungstasten drücken Ich bin zu blöd fürs Ausweichern Das funktioniert bei mir nicht Ja, gut Muss man schon gescheite Timing da machen Ich bin zu blöd zum Ausweichern Okay Ich bin zu blöd zum Ausweichern Ich bin zu blöd zum Ausweichern So, ich hoffe, das war's jetzt mit den Scheißviechern Oh ja Das hat sich ja gelohnt für die Elendigierung Ach so, ich hab's eh wieder was zu essen Gott sei Dank Das kann ja nichts machen Das kann ja nichts machen Gründen ist auch noch Heilung Hier rum, wo wir gekämpft haben Du schönes Opkel, da hast du. Ach, da. Ich bin aber ein bisschen nervös, wenn ich im Opkel stehe. Okay, bringt aber gar nichts, erstmal kommen wir da rum. Oh nein, das ist zu weit. Ja. Nix mehr da, oder? War bloß mit einer Link hier rum. Ich hab nix gefunden. Jetzt hab ich die Übersicht verloren. Ja. Zu dem roten Scanner trauen wir mich nicht hier. Mal schauen, was wir jetzt da kraften am besten. Irgendwanns können wir jetzt noch mal machen. Mhm. Mhm. Geil. Oh Gott. Äh. Was haben wir jetzt da? Schnelles Nachladen? Nein. Was haben wir denn noch? Entnahme einer Probe. Für die Wissenschaft. Vielleicht. Visier erweitert deinen Scanner um einen größeren Erkennungsbereich. Er erhöht außerdem den Zoom und verbessert den Erfassungsbereich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sie war eh für die Probenarme da. Ja. Geht auch noch zu einer Quest zu. Das ist ein bisschen Wahnsinn Erinnern Ihr neue Wissenschaftler wird die Rekord erhöht und erhöht Ihr Rekord wird alle neue Tools Hurra für Progresse Mhm 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 Möge ich das wie sie auch noch das können wir auch noch machen Achso Ja dann Bist du schon wieder rüber oder was? Ja Achso das ist auch das andere upgrade Das ist wie sie ja Ich mein was? Was bringt's? Achso das war das Ding Ja ja Das ist schon mit größeren Scannerbereich und so Ja Ja Schauen wir da rüber Sollen wir das morgen Weg Ja 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 Nur durch Nookampf Aha Anschleichen Aha Ja 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 Das ist eine empfohlene Taktik was Verheimlichen Therapie Aha Oh Gott Schauen wir mal hin Die Deckung hat nicht gereicht Kaputt Oh Gott Oh wir haben Ressourcen gehört Wenn es wieder da ist 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 Gut Achso es ein bisschen kommt Ja 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 Schaut dass das nicht gesehen Das hast du nicht gemacht Aber da wäre bestimmt noch einer gekommen Die musst ins Auge stechen Mit dem Finger Ja Irgendwas ist ja da gestanden mit dem Nachkampf und Anschleichen Ja 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 Ich habe ein shameful Ein shameful Buddy habe ich markiert Super Schön Ja Dann kann man da auch eine Probe nehmen Nein Scheint nicht Anscheinend müssen wir da lang Das ist unten Silizium Oder Hätten wir schon Aua Wer hat mir jetzt eine Schenke Ich bin gar nicht in deinem Nein Schau Das ist Silizium Da ist eine Tür Neu Wo ist die Tür Das greift schon an Ein Vogel Irgendjemand schmeißt Bomben Ja Ach der scheiß Vogel schmeißt Bomben Mein Gott Ich kann ihn nicht scannen Der Halt nicht steuert Ich bin näher anzusehen Mehr anzusehen Das ist eine Scheiße Ich kann ihn nicht scannen Das sind Ressourcen Silizium Das gehen wir immer brauchen Ach du cack Ich will vielleicht alles entdecken. Aluminium! Ja Ups, die hat eh nicht Die schmeiß ich auch ständig, was ich nicht mit den Arten Warum ist da ein Ding? Ich weiß nicht ob das überhaupt Sinn hat Ja Da sind wir hergekommen Oder? Nein, da war das Erz Da sind wir hergekommen Ja, einmal rechts, einmal links Gehen wir rechts oder links? Jetzt wird mal Wenn ich so wie sie rede, geht es etwas an einer Seite Ach, die Sterne verschwinden im Laber Oh Gott, da muss ich schnell sein Ja, ja Fast zu leer Figuren Hey, Kammerjägerbrau Nein Niemals Nein, 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 nein Nein, 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 okay Oh 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 Oh, das war noch Ich hab halt die Hände schon hinter dem Kopf gehabt Ups Mein Gott, Vogelschule Oh 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 Boomerang Und ein Boomerang und ein Koala-Peta-Baby Oh Oh Kürze Fix Gibt's ja die Brauchheilung Der Vogel macht mich kaputt Geht's da hinten weiter, oder? Na Na, ich hab doch Ich muss eine Frucht zum Essen wieder gewöhnen Also Ich seh zumindest nichts mehr sonst Hey You forgot the Plasma For the Grapple Sort of the whole point in us Geht's dolo? Von großamen Herklima, oder? Ja, ja, von großamen Herklima Da geht nichts mehr Ich muss mir dann in deiner Folge anschauen da Jetzt kommt der Vogelschule Ja, der hat mich penetriert Also der Stor geht nicht unter AHHHHH Hallo Oh Gott Was gibt's denn da hinten? Ach Material hier denn Ah, gut Die müssen wir immer brau Oh, aber das war's dann, auf der Seite So Aha Nein 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 Schau ich hab's da Aha, ja genau Jetzt ist ja hier der Scheißvogel Da sind wir hergekommen. Nein, haben wir nicht. Ja, da sind wir hergekommen. Nein, haben wir nicht. Doch. Haben wir nicht. Doch, weil das die Viecher da waren. Da sind wir von da hinten her. Jetzt müssen wir, weil wir nämlich da runter sind. Jetzt lieg halt nicht. Da bin da hinten der Wind, das wo man zersprengen kann. Da geht's. Hallo. Hören wir mal zu. Äh, wo bin ich? Ich bin nicht. Sind ja sie da. Da sind wir hergekommen, ja. Da geht's weiter. Erzähl doch nicht so ein Märchen. Da hinten ist die, wo man sprengen muss. Schaut alles so gleich aus. Bitte. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wo wir hergekommen. Jetzt geht's da. Da sinkt der Stor oder bleibt der oben? Nicht so weit springen. Äh. Das ist schon wieder so ein Drehsvogel. Vitalitätspflanzen. Oh. Das war nicht weit genug. Du. Der verrückt nicht, aber ich verrückt gleich. Schauen wir mal, vielleicht ist da etwas wieder. Na, da geht es weiter, anscheinend. Was ist denn sonst da, was in der Höhle? Hast du die Tür schon gesprengt? Ja, du bist gerade durchgegangen. Überhaupt, ich bin damit beschäftigt, nicht zu sterben. Ich habe bloß einen halberten Halt und Gesundheit. Das kennen wir erstmal. Protein-Seil. Können wir dann Tarzan machen? Oh, so zerstört man Alien-Bowden. Okay. Ich analysiere die Sample und update die Blueprint. Once you've got the other resources, you can feed a Grapple-Fall. Chavelin. Ja. Ich möchte einfach bloß ein bisschen gesünder, die Herrscher das Herz tochen. So, ich muss weit weg an mir. Okay, das war zu wenig. Na komm, wo ist denn der Stein der Schande? Der ist in der Lava. Ich kann nicht auch mit meinen Saaren halten. Ja, die werden so denn ein Stück woanders sitzen. Ui, erst mal sehe ich es auf jeden Fall nicht. Der Backel. Geht es jetzt lang? Jetzt gehen wir erstmal da lang. Oh, jetzt darf ich den... Oh nein. Ist bei dir irgendwo... Schau einmal weiter. Ich bin... Weißt wo ich... Wo ich gespawnt bin? Weil den einen Teleporter da bei dem Viech um ins Auge stehen muss. Hä? Wo haben wir jetzt? Mein Gott, da hätte es eine Abkürzung gegeben. Also du brauchst... Jetzt müsste ich eine Lava nicht mehr überqueren anscheinend. Ah, nein, jetzt geht es mal. Quatsch. Jetzt bin ich ja wieder da oben. Feuer geworden. Und der Sch... Wie ist denn da? Das Drecksviech habe... Ja, das war mir doch gleich da. Idiot. Aber da ist nichts mehr weiter in der Höhle. Also kann ich da den Weg nicht abkürzen. Aber ich könnte schon mal den Scanner hinmachen. Hahaha. Jetzt hast du das auch mal gesehen. Ja. So, jetzt schmiss ich das gerade auch so um irgendwo rein. Zeigling. Aber ich habe jetzt nichts gesehen. Ich bin schon. Auch nicht gerade Rohstoffe. Nein. Ja. Fimpt man schon wieder. Also du bist ja der bedeutend bessere Jump'n'Runner wie ich. Aber da war ich schon immer eine Niete. Schon immer. Ja. Aber so gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Deswegen habe ich Aure halt nicht gespäht langweilig. Das ist mir zu anstrengend. Aure ist anspruchsvoll. Ja. Ja. Also da bin ich oft kurz vor den Tränen gewesen. Vor Frust. Ja. Da habe ich nicht die Geduld für sowas. Es gibt zwar schon. Bist du heim? Ja. Mal schauen, ob wir jetzt irgendwas machen können. Ja. Müll gibt es. Ja. Spannende Neuigkeiten. Aha. Ich schierkontestand. Minus 492.000 Dollar. Aha. Ja. Okay. Mit dem nächsten Jahresgehalt. Mit der nächste Erhöhung. kann ich schon in 47 Jahren abzahlen aha super wie kann ich noch unten scrollen mein Gott, einen Pfeiltasten wieder ja, Gürkenscheißwasser das gefällt mir immer noch Gürkenscheißwasser ei, ich finde den Nadensut besser, weil den kann man sich besser vorstellen Nasensut, ja wenn die herkommt und so können wir irgendwas machen Schuppen Bombenbutter, was da ist es gibt es schon wieder da ist der Haken was braucht einer dafür Silizium braucht man ein wenig dann können wir einen Haken machen dann holen wir uns Silizium mit den Rücken geraten, oder? ja das ist zwar nicht genau wo man jetzt eigentlich noch etwas entdecken kann du wolltest jumpen reingehen so warst du oben unser lautes Kinn haben wir es also laut ach, das weiß jetzt alles so da müssen wir schauen, was haben wir jetzt da gewusst ich finde einen Weg zum Fuß des Turms Protonenseil herstellen das macht man eh das ist mir doch da lang, hm? du bist gestorben, hol deine Sachen zurück he, tch, 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 tch ich trecken da jetzt jetzt wird's getrackt naja, schauen wir jetzt schnell ja, ich bin gestorben, aber mitten in der Lava ich bin gestorben, aber jetzt haben wir einen Wegpunkt vielleicht sehen wir es dann so weit, das ist noch weiter weg vielleicht haben wir es doch richtig gesetzt wo ist das hier? Da müssen sie ziehen. Ja, da hinten, oder? Ja genau, da in der Mitte ist... Super, Mission abgeschlossen. Yay. Ich hab schon wieder zur Orientierung verloren, da muss ich ihn hier. Boah, das war knapp. So, ich werde wieder rausziehen. Ja, Clay. Okay.